Du hast mir jetzt Brot gekauft, zum 18. Geburtstag. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Elina und heute kaufen wir für Alina ein Produkt, das sie sich schon seit sehr, sehr langer Zeit wünscht. Alina wurde heute am 2.1. 18 Jahre alt und 18 ist schon ein besonderes Alter, denn die kann jetzt rauchen, trinken, Autofahren. Lama kaufen. Und Lama. Die kann sich Lama kaufen. Die kann jetzt auch eine andere eigene Wohnung ziehen. Bye Alina. Have a great time. Der drückt mal und sagt, wenn sie 18 ist, zieht sie aus. Sie ist 18 Jahre alt und geht. Wir machen dann aus Alinas Zimmer ein Hasenzimmer. Oh ja. So Leute, ich habe die Kamera jetzt in Blau geholt, weil Alina sich Blau gewünscht hat und Pink ist einfach nur hässlich. Ja. Seid ihr derselben Meinung, findet ihr Pink genauso hässlich wie ich? Wenn ja, schreibt es in den Kommentare. Auf jeden Fall, diese Kamera hat 111 Euro gekostet und wenn sie mir jetzt runterfällt, dann piept das Ding und dann bin ich tot. Okay. Wir gehen jetzt zur DM, um das Geschenk von meiner Schwester einzupacken und ja. Und ich versuche es so schön wie möglich einzupacken. Wenn es hässlich wird, dann tut es mir nicht leid. Und wir veräppeln die und zwar kommen wir im Brot, so das Billigste und sagen, ey, girl, ich hatte kein Geld, weil die weiß, dass ich im Moment halt kein Geld habe. Und du sagst, ich glaube, ich habe nur jetzt 30 Euro und ich sage, ey, sorry, hast du kein Geld. Und dann gebe ich die Duster. Und dann sage ich die, it's a prank, wisch. Und dann sage ich die, ach Selina, warum? Nicht anders, genau so. Wollen wir das kaufen? Weil das magst du nicht. Also im letzten Vlog haben wir diesen Dip gekauft und diese Tortillas und ich habe nie halt diese Soße probiert und ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die scharf ist. Darf ich dir da vorne eine Frage stellen? Ja. Was sucht dieser Schwamm da? Welcher Schwamm? Das kannst du niemandem zeigen. Wie immer jetzt Tortilla Dip und Tortilla ASMR. Junge. Oh, ich habe Angst, dass man weiß ein Teppich kommt, der jetzt inzwischen raus ist. Oh, oh, oh. Okay, Freunde, es ist schon scharf, mein ganzer Mund brennt. Mir geben jetzt Alina ihr Geschenk. Oder ihr Brot. Wenn es dir nicht gefällt, dann kriege ich das, okay? Das ist auch voll teuer. Du meinst das Geld mir ausgegeben, ne? Wie liefst du das Brot doch? Hä? Dein Ernst? Mies. Hä? Da hast du mir jetzt Brot gekauft für den 18. Geburtstag. Und das ist voll hart. Ach, hart. Hast du dich mit einem Brot geschlagen? Hey, das bestätig war frisch, also guck mal, wie hart das ist. Das haben wir heute gekauft, halt. Okay, was war ein echtes Geschenk. Ich war dir zu lange in der Stadt, um hartes Brot zu kaufen. Ja, wir müssen noch Trockenshampoo kaufen. Geh, ich bin teuer. Alter, denk dir weg. Alter. Das ist so Geschwisterliebe. Komm, ich bin. Nein, du hast mir eine Brot gekauft. Ich habe mir sogar zu Weihnachten mehr gekauft. Ey, für 2 Euro. Das Brot hat aber 1,60 Euro gekostet. Nein, das kostet 1,39 Euro normalerweise. Scheiße. Ey, ich kriege gleich Wadenkranken in dir. Bist du mir jetzt angepisst? Ja. Okay. Es ist wenigstens. Probier's. Vielleicht ist da was drin? Ein Schlüssel zu einem neuen Haus? Wenn in dem Brot was drin wäre, dann wäre hier irgendwas. Bist du blöd? Da ist mein Schimmertag. Vielleicht ist auch ein Ring drin. Okay, geh ich. Nein, geh ich. Ich bin enttäuscht. Ich hab mein Augenbrauenstil nicht bekommen. Fuck. Ah, doch. Dann hab ich gekauft euch noch verloren, deswegen Brot. Also, Alter. Ich hab das Geschenk in 2 Fischi. Ich hab das und das in 2 Fischi in die DMs eingepackt für dich. Wenn dann nicht zu... DMs. Ja. Wir haben noch kein Geschenkkopier mehr, dass wir mal in die DMs haben. Ja. Ich hatte Angst, dass ich erwischt werde und ein Hausverbot kriege. Ich hab's extra für dich aufgenommen und ich hoffe, dass du dadurch keinen Pickel mehr kriegst. Und... Haha, ich hab auch so weniger Pickel als du, Alter. Ich bin noch 13. Ja, ich hab auch trotzdem weniger. Ich hab das keine. Hä, da kippst du dir selber halt. Nein, 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 ich bin's trotzdem. Also, ähm, das hat 111 Euro gekostet. Und du weißt, ich hatte eigentlich im Privat so 30 Euro. Ich hab bei DM noch nie was für 111 Euro gesehen. Wer sagt das von DM? Ich hab so bei DM angepackt. Ah. Und, ähm, das ist für einen guten Zweck. Also, du weißt, du brauchst einen kleinen Spender für dein Gesicht. Haha. Und, ja. Also, ich hoffe, es gefällt dir. Und wenn nicht, dann gib's mir und ich geb's aber wieder zurück, ja? Du hast es jetzt ausgefasst. Ja, das kommt schon jetzt auch mal auf, ne? Bisschen sag ich so, aber wir dachten halt, das ist schon krass, Agne. Haha. Das ist nicht mit Agne zu tun. Oh mein Gott, habt ihr mir diese Kamera gekauft, wie ich wollte? Nein. Oh mein Gott. Komm, wir bauen zusammen auf. Ja. Ja. Nein, ich glaub, da muss dein Fähl. Fähli meint, wie damit komm ich genau das? Darf ich halt sagen? Ich benutze jetzt wieder meinen Ohrring zum Öffnen, wenn der verliegen geht auf deinen Nacken, ne? Wir bauen eine scheiß Anleitung. Warum ist denn die so, ey, ne? Ich dachte, man kauft die so ein Fertiges. Okay, Freunde, wir machen jetzt ein Bild. Und, ähm, vielleicht haben wir falsch gemacht. Vielleicht auch nicht. Okay, go, go. Ich glaube, das muss jetzt erstmal trocknen. Das ist auch nix. Gar nix. Sind noch Polaroid-Bilder? Ja, der ist nix. Ich hab's dauert ein bisschen. Habt ihr den Film falsch rum, fähre ich? Selina? Hä? Hast du den Film falsch rum? Das Film sieht da besonders toll aus, Leute. Die ist übrigens da links. Ja, alles richtig gemacht. Bruder, wo ist diese Scheiße? Nee, ich... Anle, wir hängen... Oh, du musst den so den ganzen Tag warten. So, wo dann muss es los? Wow, das ist voll cool. Das ist magnetisch. Hä? Wenn es weiß ist, wurde es benutzt. Du Hund, es ist weiß, aber wo ist mein Bild? Unser Bild, tut mir leid. Bist du zu ugly? Nein, okay. So, Freunde, seht ihr diese Ähnlichkeit? Ein und dieselbe Person. Okay, die macht Spaß zur Seite. Ähm, das Bild ist einfach weiß. Wir haben jetzt knapp 10 Minuten gewartet. Das Bild ist noch immer weiß. Ich hab's aufgegeben. Ähm, ja. Bis zum nächsten... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.